Get fucking crazy! Ihr guckt jeden Tag auf dem Kanal vorbei, ich weiß noch nicht, wann ich das hochlade, aber meistens nachts, weil das ist unaufwendiger. Die Folgen, scheiße, ihr wisst ja alles schon, aber falls ihr das letzte Video nicht geguckt habt, die Folgen kommen jeden Tag jetzt, eine Woche lang und dann nicht mehr. Und dann gibt es wieder drei Monate Pause, nicht Spaß. Die kommen jetzt eine Woche lang, dann bin ich im Urlaub, dann zwei Wochen oder drei Wochen oder anderthalb Wochen oder bla, oder keine Ahnung. Also, dann haben wir keine Ferien mehr und wenn wir keine Ferien mehr haben, dann gibt es wieder geile Action mit unserem Kollege Paul, unserem Kollege Hans und unserem Kollege Johannes, wenn die alle Zeit haben. Aber Hans auf jeden Fall, ich auf jeden Fall und der Kollege Paul ist auch noch dabei. Der nehmen wir auch immer auf. Und dann wird es wieder richtig geil, aber auf jeden Fall werde ich auch vorschlagen, dieses Survival Island, was wir gerade stocken, was ich sehr geil finde, weil ich auch sehr Fan von Aura bin. Also, okay, ja, kennt ihr. Das feiere ich auf jeden Fall und darum ist Survival Island so ein bisschen Skyblock-mäßig ähnlich. Und darum feiere ich das so extrem. Wir sind hier gerade unter Tage, haben ein bisschen Eisen gefarmt. Zehn Eisen, das muss erstmal reichen. Scheiße, es ist gerade Nacht und die Zombies sind an. Also, jetzt schalte ich auch nicht aus, weil ich nicht dumm bin. Oder so, bin ich dumm? Ja, schon so ein bisschen, ne? Scheiße, jetzt sind die Zombies. Nein, hä? Hä? Wieso kann... Wieso konnte... Ach, das war das Skelett. Scheiße, ich habe auch keine Waffe und so. Sorry, sorry, das ist jetzt hier für die Nupigkeit von mir, aber ich muss mal kurz die Zombies ausstellen. Weil ich wäre sonst gestorben und das wäre nicht so schön. Ach, Mann, bin ich dumm. Ich hätte es auch anders lösen können, aber jetzt mache ich mir erstmal einen Ofen. Und ich will jetzt nicht so nupig sein. Ich mache die jetzt wieder an, weil du wüsst, die spawnen dauert es auch noch ein bisschen. Ich will jetzt auf keinen Fall so nupig sein, das ist scheiße. Ich weiß ja, so nupig. Scheiße, was habe ich denn als Half-Steps gemacht? Ich warte noch, bis zwei Eisen fertig sind. Bis dahin sind noch keine Mobs gespawnt. Habe ich zwei Eisen jetzt? Ja, ich habe zwei Eisen. Soll mache ich mir schnell ein Eisenschwert? Jetzt spawnen wir ja keine Mobs. Hä? Wenn wir einen Mobs brauchen, sind die nicht da, aber sonst sind die immer da. Hä? Okay. Keine da. Okay, ich mache meine erste Kiste. Ähm. Okay, es wird der Tag. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall so weit freuen, wenn wir wieder mit unserem anderen, der Rest von der Slaberkraft aufnehmen. Das wird auf jeden Fall sehr spannend wieder. Weil wir wahrscheinlich wieder neue Profi... äh, neue, neue... Ach man, was ist denn heute mit mir los? Äh, neue... Wir kriegen wahrscheinlich auch neue Zuschauer, äh, neue... Vielleicht kommt noch ein Typ dazu. Vielleicht auch nicht. Oder es wird auf jeden Fall ständig Gäste dabei sein. Lotte wird jetzt noch öfter da sein, also so gut wie immer. Also sie war ja eigentlich immer dabei, aber jetzt ist sie noch öfter als immer dabei. Also sie ist immer dabei. Und Johannes kann ja immer nicht jeden Tag, weil der Verpflichtung hat. Und Hans, ja, keine Ahnung. Also Passi, keine Ahnung. Ist der eigentlich auch Verpflichtung? Ich habe manchmal auch Verpflichtung. Manchmal auch nicht. Aber Montag habe ich keine Verpflichtung. Und darum... Wird es Montag auch Folgen geben. Entweder mit mir und Passi und Paul. Aber Paul wird immer dabei sein. Immer. Könnte ich auf jeden Fall versprechen. Weil wir können aber Paul aufnehmen, also von daher ist es... Ähm... Aber ich finde, wenn euch Survival Island gefällt, dann gebt einfach mal einen Daumen nach oben. Weil ich finde das schon sehr geil. Guckt euch mal um. Ist auch ultra geil. Dumm, ne? Aber es ist einfach nur Insel, wo einfach Sand, Erde ist. Und natürlich diese komischen neuen Steine hier. Keine Ahnung, was das für Steine sind. Schreibt es mal in die Kommentare, was das für Steine sind. Äh... Ja, die Steine sind, finde ich, sehr nice. Sehen nice aus. Das Viech heißt... Ach, man kann auch die Blöcke machen. Habe ich ja im letzten Video erklärt, ne? Dass man hier auch Blöcke machen kann. Aus... Vier oder se... Brauchen wir mehr. Um einen Block von den Dingern zu machen, brauchen wir ganz viele, ganz, ganz viele. Acht, ne? Ne, sechs, sechs, sechs brauchen wir denn nun. Eine komplette Crafting Table, die in Star ist sechs. Ne, warte. Neun. Neun sind's. Scheiße. Neun sind's. Sag ich, ich brauche noch eins. Eins. Scheiße, ich habe ja sauerweh vier Leben verloren durch die scheiß Zombies in der... Diesen Folge. Und... Jetzt ist es schon rechtlich spät. Das heißt... Wir sehen uns... Äh, in der neun... In der nächsten Folge... Hey, konnte man doch... Wie machst du einen Block aufhören, den Scheiß? Das will ich noch in dieser Folge rauskriegen. Ich glaube, ich kann das so einblenden. Dass es Blöcke gibt. Aber ich weiß nicht, ob ich's mache, aber... Es wäre ziemlich aufwendig für mich, aber... Mach ich. Ich mach noch drei... Drei Fackeln. Und dann sehen wir uns... In der nächsten Folge. Haut rein. Was sag ich denn jetzt? Tschüss. Ja, Alter, wir brauchen unbedingt eine Anmoderation, eine Abmoderation. Viel Spaß jetzt mit dem Ab-Intro. Tschüss. 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 Fellows stores storeshunders receive Tradition, B tents, O2 Ife, b